Das Hotel Hilton Times Square liegt in New York, Manhattan in Bundesstaat New York. Das Hotel Hilton Times Square ist sehr beliebt unter den Gästen. 94% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die 58 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,2 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat laut den Gästen die beste Lage. Sie vergeben für den ausgezeichneten Standort und den damit verbundenen Erholungsfaktor 5,7 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,3 von 6 Sonnen. Zimmer Mit 5,3 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Service Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Gastronomie Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke, sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie, Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,2 von 6 Sonnen wert. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe das hier aufmerksam! Untertitelung des ZDF, 2020